guten tag hat er gesagt ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet ein bisschen alge gesammelt wir warten auf die aubergine sonst so habe ich ein bisschen aus minimum noch gesammelt ihr habt eigentlich gar nicht so viel verpasst habe jetzt hier zwei raketen in die welt reingehauen damit noch ein bisschen iridium hier kommt beziehungsweise dass der luftdruck höher geht ihr müsstet eigentlich oben gleich sehen ja alle drei die sehen die sind auch langsam am kommen und am sprießen da sind wir auch beide fertig glaube ich mit aber schön darin wetter würde gehofft mehr sehen können also sie hinten wird nur einsammeln weiß jetzt nicht wo überall die kracht hat okay ach so denn ist nur ein brocken bis also okay ja das ist auch okay so richtig muss man erst mal gucken natürlich besser wenn jetzt hier so denn weg geht dann findet man die teile denn besser da bin mir relativ sicher dass der eine hier fast in den anderen reingeflogen ist da komm ich nie ran da gibt es noch hier unendlich viele da bin ich noch nicht mal eine sauerstoffflasche jetzt dabei gehabt der noch bei nicht ja hier kurz vorm ende so wie man wird erstmal ein bevor wir jetzt hier noch gucken dass wir irgendwas anderes machen können hier ist aber nicht reingeflogen oder da muss schon weise gar nix hä wo sind die denn alle nörd hier das scheppern hier überall oh ne das ist ja die spawnt oder sowas oh ja der war gut hier den haben wir schon mal genossen die so komisch rum die so komisch rum ja aber auch wenig ne gut wenn der jetzt natürlich da drauf liegt da überall so wenig sein ne ich weiß nicht wo die alle sind wahrscheinlich auch wieder hier so rein im gebirge da geht der denn noch ne da kommt man ja noch hinter aber den einen hat sich das auch kaum gelohnt da konnte ich hier noch ein bisschen rein ne kann ich mir vorstellen dass das hier auch nochmal gescheppert hat die taschenabwehr bringt ja richtig viel ne das ist jetzt nicht gekracht das ist jetzt so dunkel hier im spiel das war auf jeden fall nicht angenehm aber hier scheint es auch nochmal irgendwie ja sehr schön hier sind auch noch ein paar gebiete da ist wenigstens gut ey mal für die ewigkeit ich finde den kontrast sehr schön wenn es mal so dunkel ist ne dann kommt das rot mal für die ewigkeit ich finde den kontrast sehr schön wenn es mal so dunkel ist ne dann kommt das rot ja richtig gut zum vorschein und ich würde sagen wir sind hier auf einem sehr guten weg wir haben einiges hier an rohstoffe hier zusammen können ne ich glaube die ausbeute ist relativ gut ich weiß eh nicht ob wir da so n so n ja nicht so ein mittelding aber ob man dazu sagen kann ey pass auf hier bei so n bei so n wenn die kometen runterkommen dass das denn so irgendwie h 30 musst du oder sowas ne ich glaub schon dass man 30 mehr oder weniger sammeln kann wenn man fit ist wenn das alles auch gut läuft und jetzt wieder welche runter okay dann nehmen wir das hier lieber mit ne aber ich glaube jetzt ist einfach nur ein übelzer staub ne so ne man ist das staubiger staub ich krieg da gleich mal zurück hier aber mit der alge würde mir ja interessieren wie schnell die hoch mal nachwächst ok ja zu viel hier müssen wir mal ein bisschen starben ne naja gerade unten war halt noch ein bisschen voller angezeigt ne äh ne 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 hier muss ich ja mhm so unsere letzten oha ja dann tun sie ja jetzt mehr wenn ich gleich den zweiten denn da hinballern kann ne wenn wir uns den leisten können gucken wir mal algen 2 das geht aber noch 2 mal bio 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 habe ich ja zum glück ein bisschen gesammelt mhm bier haben wir nicht gesammelt ich glaube ähh also können wir eine aubergine und hier brauchen wir nicht hier brauchen wir noch einen Dünger ok das ist ein bisschen doof ich hatte Algen und Aubergine, oh Gott, dass wir nicht brauchen, erst mal was trinken hier, dann hätte ich hier schon wieder fast zu vergessen. So, war ein gutes Mal, oder? Das letzte Abendmahl. So, hier Klumpen herzustellen, wäre ja eigentlich auch gar nicht so schwer, ne? Hier mit Pilz müssen wir fressen ein bisschen mehr bauen, ne? So, bevor jetzt hier alles runterfällt und alles für ein Orsch ist. Wohl, warte mal, den zweiten, den können wir doch gleich bauen, Bio-Klumpen, Wasser, ne Aubergine haben wir da auch jetzt. Gucken wir mal, das war für die Alet haben, so ein Dünger müssten wir ja. Ja, das ist jetzt der Beschissene, da bräuchten wir Schwefel und Algen. Ah, jetzt zeig ich ja alle die noch im Eck Eier, komm. Achso, die Eigenfinien. Ich bin da mehr so fan, dass wir da so ein bisschen wenigstens aufrüsten, das Ganze. So, Superlegierung zweimal. Da ist nur Magnesium und hier ist auch noch Magnesium zweimal. Bio und Aubergine, okay. Auf geht's. Dann können wir drüben gleich gucken, ja, die neuen dann auch noch bauen, dass das vielleicht ein bisschen cooler ist, ne? Oder die ein bisschen mehr Fläche dann abgrasen, dass wir nicht gleich wieder dann in die Bredouille kommen. Warum, dass wir gar keine Algen mehr haben, ne? Ja, werden wir eh überbauen und bauen und bauen. Dann fällt uns auch so, ey, pass mal auf. Irgendwie doof. Das ist jetzt heiter mit dem Abbau. Ich bin hier erstmal im Wasser. Sieht wesentlich schöner aus, als in der Early. Ne, und das fahrt hier denn auch schon, leider. Gut, der eine pumpt, der andere eigentlich auch. Ich glaub, da könnte ich hier so eine dreckige Bume mit reinmachen. Ganze, sorry. Hier so eine 400er, das schmeckt ja auch, ne? Klar. Also gibt man die 450er, aber... Was ist der mit der Rohre? Was ist der hier? Ne, bei dem Blumenverteiler war der... Ach Gott, der kommt schon so durcheinander, wa? Blumenverteiler war das doch gewesen, ey Geierkoppel. Ah. Also hier brauche ich nichts, ne? Hier kommen nur die Teile, wachsen hier so dran. Das ist schon mal schön. Können wir da eh noch nichts machen? Da müssen wir warten. Ja, und der Blumenverteiler selber. Wir brauchen nochmal Dünger, ne? Aber für Dünger, wissen wir ja jetzt, brauchen wir die Algen. Daran kommen wir nicht vorbei. So ne kacke. Mir geht's noch nicht immer so geil. Die Seen sind jetzt gleich fertig da alle. Ja, dann vielleicht doch doch wirklich relativ gut. Ah, ich hab da drei Algen, sag mal. Für den Dünger, oder? Guck mal gleich mal. So. Wir haben mal kurz geswitcht wieder zurück. Äh, mit Dünger herstellen. Ja, einmal mit einer Aubergine. Oh. Alle Ufi brauchte doch was. Denn die dauern ja jetzt. Oh, das ist halt, das ist doof, ey. Ich dachte ja jetzt, wir haben noch eine. Ja, der muss es, der muss es so schon ordentlich geschafft haben. Oh, ich glaube nicht. Wir hatten hier hinten damals, hatten wir auch schon Wasser. Wasser. Ein Wasserreservoir. Ah, ich weiß nicht, ob er das hier noch so, so findet, ne. Ja, wir können auch einen normalen Schrott mal wieder einsammeln. So, hier hatten wir ja irgendwann mal den Dings eingesammelt. Ah ja. Ah ja. Guck mal hier. Ah ja. Sehr schön. Ne, ist ja doch hier ordentlich gewässert. So mehr wird es hier nicht. Das ist hier ein großer, großer See. Aber es ist krass, wieso. So. Erstmal alles wächst und gedeiht. Sind irgendwie wie aus heiter. Oder aus lustigen Zufällen. Wie kann man denn da schon, ne. Die eine würde gar nicht, ne. Aber hier die anderen, ne. Ne, auch nicht. Oh, shit. Oh, shit. Aber die vier hier. Auch noch nicht. Ist auch keine Anzeige dafür. Das ist auch doof. Also wir haben jetzt ein paar, aber es könnte auch grüner sein. Ja, aber so viel kannst du gar nicht. Das muss ich mir jetzt sehen. Ja, ein paar. Das ist die Hauptsache. Das ist die Dieute. Ein paar Lieblingsrohstoffe haben wir auch schon eingesammelt. So den Schrank auch wieder ein bisschen füllen. Die nächste. Das Traktor könnte ich ja mal platt machen. Leg da auch mal ein bisschen was. Aber, ja. Das ist jetzt glaube ich auch nicht so wichtig. So, den hier noch rein. So, Dünger und Aubergine. Schade. Ohne Aubergine ist natürlich dann alles ein bisschen sehr blöd. Die sind aber auch langsam, ne. Ich bin mir jetzt ein bisschen mehr versprochen. Also eigene Windige hatte Problem. Die würden hier noch ordentlich rein. Jetzt weiß ich nicht, was wir ja freigemacht haben hier. Den hatten wir noch. Den Blumentopf. Hm. Glaube ich nicht so. Blumenverteiler finde ich ja schon geil. Hm. Dann kann es ja nur der Blumentopf gewesen sein. Bin mir da auch nicht so richtig sicher. Ja. Wir hatten noch eine neue Mehl. Ja. Ja. Den können wir schon mal weg trinken. Ja. Ich weiß nicht, ob der da hinten, ja der hat höchstens einer. Nee. Ich muss dann hier schon warten. Das macht gar keinen Sinn. Das macht einfach gar keinen Sinn. Dann muss ich hier auch noch so ein bisschen, ne. Dann lasse ich das ein bisschen laufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann haben wir Alge satt. Wir haben Stäbe ohne Ende schon. Das ist auch ganz gut. Die nächsten Sachen wachsen und gedeihen denn. Die dann irgendwann mal kommen. Wenn wir hier die. Ah okay. Wir haben gar nicht mehr weit. Von der Wärme her. Der Sauerstoff ist relativ weit weg noch. Da sieht sich. Da kommt der Maschinenoptimierer. Und beim Luftdruck. Und auch fast das Gas. Was sind denn die. Ja. Die haben wir auch im Boden so ein bisschen reingraben. Ich wünsch Gott. Bis dann.